Also wenn ich Mäcki wäre, ich würde so viel wie möglich von heimischen Bauern kaufen. Ich würde Gemüse und Bio-Obst im Happy Meal anbieten. Ich würde durch strenge Vorgaben das Tierwohl sicherstellen. Ja genau, um Produkte ohne künstliche Arrohung und ohne Geschmacksverstärker. Mäcki macht's. Wir setzen auf heimische Qualität und strenge Tierwohlstandards. Vielen Dank.